Servusle meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher und mit dem Allerle. Und natürlich mit dem Benno, wieder auf Ragnarok meine Lieben. Ich habe Materialien besorgt, Eisen bzw. Metall läuft durch. Wir sollten heute eine ganze Ecke weiterkommen am Fahrstuhl. Im Idealfall bauen wir uns schon mal einen Generator jetzt. Die Fahrstuhlschienen, die muss ich aber kurz abzählen, da gehen wir zusammen rüber. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft vor der Folge. Safira, fliege mit uns zum Zuchthaus, zum neuen. Ich muss das mal ganz kurz grob abzählen. Pass mal auf, wir machen mal die Fackel raus. Wir haben jetzt hier unten eine Schiene dran. Zwei, vier. Boah, wie willst du das kurz abzählen? Fünf, sechs, sieben. Keine Ahnung, Leute. Wie zähle ich das jetzt kurz ab, ohne dass ich mich da verrückt mache? Ah ja, jetzt pass mal auf, ich setze mich mal unten hin. Das ist halt gerade dunkel, das ist das Problem. Und die Multilamps. Ich habe mir überlegt, dass wir so, hm, ja, vier Multilamps würde ich gerne setzen. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Lass uns mal 15 Fahrstuhl-Elemente bauen. Wir bauen ja sowieso noch mehrere Fahrstühle. Gerade oben auch am Blueprint-Turm dann. 15 Fahrstuhl-Elemente. Wow, Alter, wie hast du denn das geschafft? Leute, ich freue mich tierisch, wenn das heute klappen würde. Pass auf. Wir gehen in elektrisch. Wir gehen in Aufzüge. Wir brauchen 15 Fahrstuhl-Teile. Ah, Elektronik fehlt, habe ich vergessen. Siehst du, und schon geht es los. Und schon geht es los hier. Verbundsmaterialien. Wir brauchen mindestens mal 100 Stück. Da kommen nämlich noch andere Sachen. Inventory contains all. Wäre super. Also, die hauen wir durch. Das dauert jetzt eine Weile. Was können wir denn zwischenzeitlich machen? Ich würde ja fast sagen, farmen. Aber ich war gerade farmen, Leute. So einen richtigen Bock habe ich nicht. Lass uns mal Inspektion machen, bis es durchgelaufen ist. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Die Mantis-Eier müssen wir mal kontrollieren. Die ganzen Kiesels dieser Welt stehen hier rum. Tolle Geschichte. Mantis, 14 Eier, Leute. Der nächste Kiesel ist uns so gut wie sicher. Tja, also das läuft, ne? Das läuft. Wir können natürlich auch kurz das Viechle unten rausschießen. Jedes Mal, wenn ich vom anderen Spiel komme, drücke ich Tab, statt I. Hat man aber wahrscheinlich mittlerweile schon gemerkt, ne? Sollen wir kurz den Parasaurier da unten fertig zähmen? Ich meine, ich weiß so was, das machen wir eben. Wir brauchen allerdings Carrots. Dann stoße ich aber noch mehr an zum Bauen. Damit wir wirklich, wenn wir den jetzt gleich gezähmt haben, hier oben weiterkommen. Alter, der Durst kriegt da gleich was zum Trinken. Also, die Sachen laufen durch. Die Verbundsmaterialien. Das haben wir jetzt gecheckt. Bei elektrisch brauchen wir auf jeden Fall den hier einmal. Wir brauchen mit Sicherheit eine Steckdose. Wir brauchen vier Multilamps. Scheinbar haben wir genug Material, Leute. Und wir brauchen einen Generator. Einen. Den habe ich hier, Generator. Das haben wir, das haben wir. Der Rest sind tatsächlich die Aufzugsschienen. Ja, das holzt durch. Und da haben wir gesagt, 15 Stück, ne? Ah, dem fehlende Elektronik. Was ist, wenn ich zehn Stück nur mache? Das reicht ihm auch nicht. Ich muss noch kurz warten, bevor wir losziehen. Weißt du was? Das reicht ja schon mal. Da können wir schon mal einiges machen. Generatorhäusle bauen und so weiter. Dann würde ich sagen, meine Lieben, Wasser tanken für ein Alterle. Und dann geht es schon los. Karotten gucken. Weil dann haben wir den nämlich unten auch mal irgendwann raus. Beziehungsweise ich kann ihn ja mit Mais füttern, wenn keine Karotten da sind. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit. Ein paar Beeren habe ich noch selber. Alles klar, das reicht. Ist ja keine Kunst, ne? Aber gemacht werden muss es halt. So, mein Freund. Stopp. Hier nochmal kurz drüber glüpft. Jawohl. Was haben wir denn hier? Welches Level, mein Freund? Im 60er. Du darfst frei leben. Lebe frei, mein Sohn. So, Leute. Dann hauen wir uns hier das rein. Dann würde ich sagen, die Geschichte. Und Schawüppel. Antek war das. Das habe ich schon gar nicht mehr gewusst. Flup, mein Freund. Jetzt haben wir den einmal angeschossen mit unserer Superflinte. Guck mal. Ein 102er, Leute. Mit der Superflinte, die wir da gefunden haben. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja echt der Wahnsinn. Freut mich unheimlich. So, dich hol mal später raus. Jetzt bist du viel schneller fertig gewesen, als ich gedacht habe. Junge mit einem Schuss. Da haben wir echt eine tolle Waffe gefunden hier. Haben wir uns auch verdient nach über 300 Folgen, ne? Apropos 300 Folgen. Wir machen nächste, spätestens übernächste Folge eine Kombirunde, ne? Habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Nicht nur wegen der Abwechslung, sondern auch, weil die Liste ja sonst nie dem Ende sich neigt. Auf jeden Fall kommt eine Kombirunde. Ich werde wieder ein bisschen was vorbereiten. Namen ziehen wir wieder innerhalb der Folge, ne? So, meine Lieben. Hier läuft's doch. Hier läuft's doch. Kann ich jetzt 15 Stück bauen, ja oder nein? Ey, wie viel Elektronik fehlt dem jetzt? Wieso fehlt dem so viel Elektronik? Weil, der hier braucht Elektronik wie viel? Drei. Ach, die Lampen brauchen auch welches, ne? Aber ist doch kein Problem. Ich nehme mal an. Oh, stoppen wir mal. Ich habe da irgendwie 60 Multilamps angeklickt. Könnte das daran liegen, Leute? Könnte das daran liegen? Zwei. Haben wir. Das ist die dritte. Das ist die vierte. Ja, jetzt passt's. Jetzt passt's. Jetzt kannst du 15 Stück machen. Siehst du? Ach, der braucht 20 Elektronik. Dann mache ich schon mal die 8. Dann können wir schon mal bauen gehen. Und ich mache nochmal Verbundsmaterialien. Wow, ist das teuer. Wow, ist das teuer, Leute. Aber wir haben genug Zeug. So, pass auf. Generator bauen wir auf jeden Fall auf. Steckdösel brauchen wir mit Sicherheit. Multilamps brauchen wir auf jeden Fall. Die vier nehme ich ebenfalls gleich mit. Und was fehlt uns denn dann noch? Ach ja, die Stromverlegung. Wir haben Foundations. Wir haben Mauern und Ceilings. Pass mal auf. Das ist mal ganz easy. Das Geräusch von denen ist super. Also. Wir haben hier für Walls. Würde ich sagen. 10 Stück. Was? Wieso geht das jetzt noch nicht? Wieso geht das jetzt noch nicht? Da steht, dass er alle Materialien hat. Aber er will es noch nicht bauen. Wahrscheinlich, weil das hier noch in der Pipe drin ist. Ja, ist ja kein Problem, Leute. Dann gehen wir jetzt mal das setzen, was wir können. Was wir ebenfalls noch brauchen, sind Glaswände. Glaswold zwei Stück. Brauchen wir noch mindestens 10 Stück, würde ich sagen. Kann ich die hier geschwind bauen? 10 Stück. Das reicht wahrscheinlich noch nicht einmal. Glaswold machen wir mal 15 Stück. Dann wird es auf jeden Fall reichen. Öh, Kristalle. Kristalle gehen uns alle. Hey, die können uns nicht alle gehen. Guck mal, wie viele Kristalle wir hier haben. Okay. Mehr, als ich tragen kann. Ja, das ist, weil das jetzt hier in Benutzung ist. Pass auf, machen wir ganz easy. Kristalle hier rein. Geh immer nochmal auf Glas. Und hier bitte die 15 Stück. Ich danke dir, mein Freund. So, komm, wir rutschen mal los, was wir machen können. Machen wir schon mal. Dann holen wir den Rest. La la li. La la lum. La 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 lum. Ich würde sagen, wir bauen den Generator als erstes auf. Dann können wir nämlich nachher beim Hochfahren den Rest hier machen. Jetzt pass auf. Scha wupp. Zurück im Türmchen. Also, das können wir doch jetzt folgendermaßen angehen. Wir machen hier eine Wall raus. Die machen wir mal raus. Da kommt nachher eine Tür rein. Den Generator setzen wir hier rein, Leute. Alter, guck doch mal drüber. Das wollte ich nicht. Mann, Mann, Mann. Das hier ist ein... Ist das ein Ceiling? Dann kann ich es so machen. Pass mal auf, wenn wir es nämlich so... Nicht mit dem Fernglas wirst du es nicht wegkriegen, Alter. Probier es aber. Ah. Verdammt. Verdammt. Stopp mal. Bevor du verdammt brüllst. Du könntest doch den... Pass mal auf, ich muss das jetzt abteilen. Hier drunter setzen geht nicht, weil dann guckt er da raus. Und das hier sind Foundations, richtig? Fundi, Fundimundi. Das heißt, wenn ich den Generator hier drauf setze, weil hier ist doch unten drunter ein Fundament. Müsste doch normalerweise gehen. Probier mal. Erst dann wissen wir es. Hier ist er. Ich dachte schon, ich habe den schon wieder. Der klitscht jetzt zwar hier ganz kurz in dem Stein drin, aber... Das juckt uns nicht. Jetzt hänge ich irgendwo fest. Das liegt aber nicht an Arc, sondern tatsächlich jetzt an mir. Dann hebe ich das Ding auf. Also, dass wir jetzt klitschen, liegt tatsächlich an mir. Da kam ja ein Patch. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Herzlichen Dank auch für den Hinweis, dass man jetzt nicht mehr so klitscht. Das hier ist mein Verschulden. So. Also, der Generator ist hier drin. Benzin müssen wir gleich holen. Dann kommt hier nämlich ein Ding rein. Eine Türe-Möhre. Und wir brauchen jetzt schon die Elektronik, die ich jetzt leider nicht dabei habe. Das ist klar. Das ist klar. Ist aber kein Problem, weil... Dann hole ich die jetzt geschwind. Dann fangen wir es so rum an. Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir mit dem Strom den Fahrstuhl schon mal bedienen können. Und dann pö a pö nach oben. Also, mich runterlassen. Dankeschön. Jetzt pass auf. Was haben wir denn jetzt schon gebastelt? Wir haben die Elektronik gebastelt. Aber wir brauchen noch sieben Fahrstuhl-Schienenbienen. Sieben Stück waren es. Oh, fehlen immer noch drei. Dann mache ich erstmal die fertig. Dann haben wir das schon mal aus dem Köpfchen. Ein Fahrstuhl-Tablo brauchst du normal nicht. Die Elektronik brauchen wir jetzt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall fürs Fundament, Ceiling, Walls, Triangle und Foundations. Das sind die Walls. Ich überlege gerade, wie viele wir benötigen werden, Leute. Das ist rein für die Wände. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Wände brauchen. Triangle brauchen wir normalerweise nicht. Pillar und Square Foundations. Lass mal sieben Stück herstellen, Geschwind. Lass mal sieben Stück herstellen. Da. Dafür brauchen wir, glaube ich, für die Wände auch. Das einfachste wird sein. Ich nehme das gerade mal mit hier. Machen wir hier auch noch sieben Stück. Dann passt das. Dann haben wir zwölf von den Schienen. Wir haben die vier Multilamps, eine Steckdose. Generator ist oben. Ich hole mir gerade mal ein bisschen Sprit hier raus. Können wir auch mal gucken, wie weit das jetzt hier ist. Ja, das läuft durch, Leute. So muss es sein. Nein, die hundert sieben reichen uns. Haben wir hier nicht auch was gebaut? Die Glass Walls, glaube ich. Fünfzehn Stück nehmen wir mit. Kann sein, dass wir nochmal hin und her fliegen müssen. Ich habe jetzt nicht alles im Kopf, was ich brauche noch. So, Alter. Lass mal reinschauen. Die sieben, die hier. Im Groben und Ganzen haben wir es. Im Groben und Ganzen haben wir es. So, den Parasäer müssen wir nachher noch rausholen. Demnächst gehen wir mal kurz rüber in die Highlands. Dass wir die Gärten wieder einigermaßen auffrischen. Gucken, dass da alles läuft. So, Vögelchen. Jetzt pass auf. Ah, jetzt habe ich die Tür vergessen. Scheiße, die wollte ich eigentlich gleich. Gehen wir gleich nochmal rüber. Sonst komme ich ja durcheinander. Also, Square Foundations mäßig ist hier. Und das da drüben ist ja auch eine Foundation. Die da. Hier ist klar, aber die hat jetzt noch keinen Strom, weil der Generator auch noch gar nicht läuft. Verschließen, versperren brauche ich denn nicht. Lass mich mal reingucken. Entsperren. Komme ich da jetzt echt nicht dran? Und verschlossen. Kann das sein, dass ich in den jetzt nicht rankomme? Von hier oben. Halt. Abreißen. Automatische Aktivierung ohne Strom an. Umbenennen. S-Plus Generator. Aufheben. Hä? Irgendwas stimmt da nicht, ne? So, ich mache das auch mal weg. Ich nehme an. Ich komme an den nicht dran. Wegen dem Stein bestimmt, oder? Aufheben. Entsperren. Ich hebe nochmal auf. Ach, das ist bescheuert. Kann das sein, dass der jetzt deswegen nicht geht, ne? Verschließen. Entsperren. Jetzt muss ich mal ganz was anderes probieren. Pass mal auf. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Was ist denn, wenn ich den hier oben hinsetze? Inventar öffnen. Hier funktioniert er. Also, dann muss ich mir da auch was einfallen lassen. Das heißt für mich aber jetzt nichts anderes wie... Mal hier noch kurz gucken. Was haben wir hier? Eine Wall. Ich gucke mal, vielleicht ist die Seite besser. Aber irgendwo müssen wir es ja unterbringen. Ich mache die Wall weg. Was haben wir hier? Hier sieht es genauso bescheuert aus, wenn wir mal ehrlich sind. Ich probiere ihn mal hier, Leute. Hoppla. Ah, der will da gar nicht heben, ne? Was ist denn, wenn ich ihn hier hinsetze? Dann guckt er hier oben raus, ne? Ich habe aber die Möglichkeit, hier noch eine Ceiling reinzubasteln. So, und ich setze den jetzt hier drauf. Jetzt komme ich ans Inventar dran. Dann machen wir es halt von der Seite. Schwapp. Wir schalten das gute Stück ein. Und hier mache ich jetzt einfach dann praktisch nachher die Tür hin. Dann passt es. Und jetzt kommt es darauf an, ob wir... Kann ich diese Dings wieder abnehmen hier? Ich will die jetzt nicht vergautschen. Warte mal auf. Abreißen, Metallfoundation. Ich dachte, dass ich vorne Dings gesetzt habe, ne? So eine elektrische Dings. Probieren wir unser Glück jetzt. Pass auf, Leute. Jetzt kommt es nämlich darauf an, ob das klappt. Square Foundation. So, dann bräuchte ich hier... Was haben wir denn hier eigentlich? Eine Triangle Foundation. Die will ich nicht. Und ich stehe auf einem Fundament, denke ich mal, ne? Pass mal auf, wir machen es anders. Ich ziehe hier eine Wall rein. Und mache jetzt praktisch hier einmal Wallstrom und hier nochmal Wallstrom. Jetzt haben wir den Strom schon mal hier. Das ist doch super. Dann haben wir hier eine Decke. Dann muss ich jetzt natürlich gucken, ob die auch für die Ceilings klappt hier. Walls. Square Ceilings. Strom ist bis hier. Alles klar. Dann kann ich die Ecke wieder zumachen, ne? Und zwar symmetrisch. Eins, zwei. Das war offen hier. Dann brauchen wir dann eine Ceiling. Bam, bam. Und hier noch zwei Wallstücke und eine Ceiling oben drauf. Und dann haben wir es wieder, ne? Einmal Wall. Zweimal Wall. Und eine Ceiling oben drauf. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es hier eine Ecke gegeben hat, die ich so nicht wollte. Kurzer Moment. Ja, bis du da alles hast, ist aber auch so Kunststücke, ne? Mal kurz gucken, ob das jetzt so passt. Die sitzt doch ganz anders hier. Und die da, die sitzt doch auch irgendwie anders, ne? Ich gucke noch mal ganz kurz alles durch, Leute, bevor wir jetzt Scheiße bauen. So, zurück. Waffe wieder weg. Wallstück hin. Waffe wieder weg. Ceilingstück hin. Und jetzt brauche ich eigentlich da hinten. Ne, die kann ich nur so setzen. Die kann man nur so setzen. So, ne? Anders geht's gar nicht. Bämsele und Katsämsele. Ja, ja, okay. Jetzt haben wir es wieder symmetrisch. Alles klar. Strom liegt auf jeden Fall bis hier. Dann haben wir hier nochmal ein Ceiling. Da könnte ich theoretisch jetzt auch nochmal Strom ranlegen. Ähm. Das ist jetzt die Frage. Ich setze da mal Strom hin. Jetzt muss ich kurz aufs Fögi. Weil. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich es bis runter ziehe. Oder mit der Steckdose. Die Steckdose sollte man versuchen in der Mitte. Das heißt, wir haben hier eine Mischung aus Foundations und. Ja. Dann brauche ich noch Foundation und Ceiling Teile. Äh. Wall Teile. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Das ist ein bisschen immer eine Denksportaufgabe, bis man alles hat hier. So. Jetzt gucken wir erstmal kurz durch. Hier habe ich alles ausgeräumt, glaube ich. Da wäre übrigens auch noch eine Steckdose. Nehmen sie mal mit rüber. Stecki, mecki, Dose. Ah ja. Ich erinnere mich, was ich noch machen wollte. Pass auf. Wir brauchen noch aus Metall den Türrahmen. Den kleinen Türrahmen. Ist es der hier? Metal Door Double Frame. Ich würde sagen, einmal die. Und einmal die. Das ist die Unique Frame. Die will ich nicht. So. Ich gucke mir das gleich an, ob das passt. Die Ceilings nehme ich auch nochmal mit rüber. Die Geschichte. Und jetzt. Pass auf. Ja. Das passt. Weiter geht's. Dann haben wir hier drüben. Brauchen wir jetzt elektronische Bauteile. Und zwar. Einmal die Foundation. Und die Walls. Ich würde sagen, wir brauchen mindestens 10 Walls insgesamt. Und die Square Foundations auch nochmal 10. Jetzt sind es nur 8. Dann haben wir den Strom. Da können wir vielleicht nachher mit dem Fahrstuhl immer Stück für Stück über die Schienen legen hochfahren. Und so die Multilams ein bisschen angleichen. Ich muss mal gucken. Ist ja uneben praktisch hinten durch den Berg. Also ist nicht ganz so wichtig, dass sie symmetrisch sind. Aber es sollte halt irgendwie noch was aussehen. So, die zwei lasse ich jetzt noch durchlaufen. Ich drücke nochmal hier. Es müsste eigentlich reichen, was wir jetzt haben, Leute. Müsste. Wenn man es immer im Vorfeld wüsste, ob es müsste. Pillar kannst du hier reinlegen. Die brauchst du erstmal nicht. Machen wir das Stromhäusle gleich zu. Wir haben zwei Steckdosen. Vielleicht können wir die tatsächlich auch beide setzen. So, meine Lieben. Gleich geht's weiter. Gleich geht's weiter. Nach dem Para müssen wir noch gucken, bevor wir die Folge beenden. Und das soll es eigentlich gewesen sein. So, pass auf. Schwuppen wir nochmal rüber. Jetzt pass auf, pass auf. Ich muss das anders berechnen. Und zwar würde ich sagen, hier mache ich jetzt mal leer. Dann haben wir auf der zwei die Ceilings. Ne, die Foundations und die Walls haben wir auf der drei. Also jetzt ballere ich mich hier hin. Ja, so. Und dann gucke ich mal, welches davon hier hebt. Hier ist es, ne? Dann haben wir hier einen Strom. Dann gucke ich nochmal. Jetzt kommen, glaube ich, die Foundations hier als nächstes. Das könnte unter Umständen jetzt blöd laufen. Ne, geht, ne? Noch ein Stück hin. Äh, Foundations war S2. Wall. Foundation. Foundation. Wenn er so macht, dann hat er ja noch nichts dran, ne? Okay, es ist ein Gewackel. Aber. Zack. Zack. Jetzt gehen die Dinger uns aus. Aber hier kann ich ja, hier kommt ja eh eine Wall. Ach, ich bin auch ein Held, Leute. Ich bin auch ein Held. Ich bin auch ein Held. Wir machen die ja weg hier, die Sachen. Die kommen ja weg komplett. Das bringt uns so gar nichts, wie ich es jetzt gemacht habe. Wir brauchen tatsächlich hier. Das muss so laufen, Leute. Und da oben kommt ja praktisch auch eine Glass Wall hin. Und das sind die ganzen Wireless-Dinger hier praktisch alle für den Arsch gesetzt. Weil ich kann sie nicht mit dem Ding wegmachen ordentlich. Ich zeige es euch. Jetzt klatscht es gleich. Hört ihr das? Ja, da gehen nur die Dinger hier weg. Schade. Aber da gibt es Schlimmeres, weil wir können nämlich nachbauen. Dann würde ich jetzt hier auf die 4 gehen. Die 6 wegmachen. Die 4 wieder hin. Vögelchen. Das ist sehr schön. Du machst das gut. Du bist der beste AG auf der ganzen weiten Welt. Ich bin gespannt, ob es hinhaut. Ich will das heute als Effekt gerne haben. Wo ist denn das Hing-Snapped? Das Glas. Hier rein, ne? Egal, ich lasse das jetzt gut sein. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis uns hier oben was abbricht. So. Na? Kurzer Moment. Ich muss nochmal umdrehen. Du musst die 4 nehmen. Und dann hier dranheben. Langsam. Stückele. Ja. Da war es gerade. 4 hast du dran. 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 Und jetzt pass auf. Jetzt nehme ich erstmal den hier weg. Dann den. Und jetzt nochmal mit der 4. Gott sei Dank haben wir von denen einige gebaut. Und. So. Und jetzt kann ich praktisch hier weitermachen mit Strom. Oben. Ja. Guck mal. Er ist sogar verlegt, der Strom. Ne, oder? Okay. Da brauchen wir noch welche. Das kriegen wir jetzt hin. Wie sieht denn das jetzt aus aktuell? Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Querverstreben von den Gläsern auch noch wegkommen. Die machen wir nachher weg. Wenn wir hochfahren, Stück für Stück, dass das einheitlich ein Modell ist. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich glaube, Wall-Elemente. Wall-Strom, ne? Das heißt, von denen hier. Lass mich mal mit 5 Stück kommen wir hin. Ey, das geht jetzt. Die Multi-Lamps. Da müssen wir nur irgendwo die Steckdose noch anbasteln. Würde ich mittig machen irgendwo. Dass er nach oben und unten die Multi-Lamps bedient, ne? So. Bei Square, weiß ich nicht. Brauchen wir noch mal. Brauchen wir noch mal für Foundations-Dinger? Weiß ich nicht. Wenn nicht, fliegen wir noch mal. So. Ich bin gespannt. So, mein Süßes. Jetzt pass mal auf. Jetzt musst du mir nämlich genau sagen, wo noch nichts ist. Stopp. Hier war nichts, genau. Oben drüber nicht. Hier hast du. Hier fehlt noch eins. Hier und. Das war's, ne? Wir haben jetzt überall Strom hier. Das geht nicht, ne? Wie war denn das? Wie war denn das, Leute? Ich muss mal kurz gucken. Er fährt ja noch nicht, weil er hat jetzt hier unten noch nicht wirklich Strom durch, dass das eine Steckdose fehlt, richtig? Dann setze ich jetzt hier unten einfach mal eine Steckdose, dass wir mal gucken, was passiert. Ne, nicht hier. Ach, ich... Ging das überhaupt jemals? Ja, es geht. Geile Geschichte. Aber irgendwann ging das auch mal mit E, ne? Wir haben nicht das damals immer gemacht. Anheben, anheben, ablassen. Es hat aber auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der Deal des Tages. Ob das klappt, werden wir jetzt auch gleich sehen. Ich mache die Sachen hier mal raus. Nehme die Fahrstuhlschienen, die wir vorrätig haben. Die drei. Setzt er das da oben drauf dann? Oder ist das jetzt mit dem Glas scheiße, dass ich es so rumgemacht habe? Da ist es, ne? Okay, er macht halt, was er soll, aber über Umwege. Geil. Geil. Nein. Das war klar. Okay, genau abgemessen. Nochmal die drei. So, Q. Kann ich noch einen oder muss ich schon hochfahren? Ich kann noch einen. So. Geil, oder? Geile Geschichte. Jetzt geht es auch wieder, wie ich es kenne. Jo, ist das cool. Okay, pass auf. Ich muss hier ein bisschen langsamer machen. Durch das, dass die Elemente davor sitzen, sucht er sich natürlich jeden Snappoint. Leute, ist das der Hammer? Wir haben den Fahrstuhl heute drin. Und? Bitte weiter. Das ist wie beim Fenster putzen. Ist das gut. Ist das gut, Leute? Ist das gut? Ich freue mich gerade voll. So mega, dass wir das jetzt schon haben. Zack. Zack. Oh, jetzt haben wir keine Schienen mehr. Verdammt. Ist das geil. So, weißt du? Und jetzt haben wir, wenn ich jetzt hier eine Multilamp reinbasteln will. Ich probiere es einfach mal. Aber da würde ich sagen, eins, zwei, drei. Ein Stückchen runter. Halt. Eins, zwei, drei, vier. Ich probiere es mal. Was macht er denn, wenn ich das jetzt hier mache? Weil die Steckdose ist ja unten. Okay, da sagt er mir, äh, äh, wautsch. Du kannst es nicht. Ich muss jetzt praktisch folgendermaßen vorgehen. Ich muss da die Wireless-Geschichte rausholen. Remove Wireless. Dann muss ich die... Was passiert, wenn ich jetzt diese Glas... Ich muss es probieren, Leute. Durch die Foundations hebt das Gott sei Dank alles. Junge, Junge, Junge. So, und jetzt kann ich mein Multilampel nämlich hier reinbasteln. Natürlich nicht hinter die Schiene. Das hätte ich im Vorfeld machen sollen. Ah, doch, aber fast. Ach, guck mal, wie akkurat hinter der Schiene das ist. Das Problem ist, ich kann jetzt hier leider nicht die Lampe einstellen. Das ist das Problem, ne? Wenn ich da reinfliege, habe ich ein Problem. Ne, müssen wir anders machen. Das ist von der Baukonstruktion, hätte ich das im Vorfeld machen müssen, ne? Die ist auch noch ohne Energie. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch keine Steckdose hier in der Nähe habe. Pass mal auf, das probieren wir mal eben. Ich kann die... Setz die mal kurz da hin. Ah, richtig. Richtig. Die hat erst wieder Energie, wenn ich es verbinde miteinander. Ist jetzt komplexer, man hätte es erst verlegen sollen. Aber das wusste ich ja nicht, dass ich das so machen möchte. Jetzt haue ich hier das Ding wieder rein und nehme natürlich auch diese Wireless-Geschichte hier wieder. Steckdose hat Strom. Problem ist jetzt, dass ich die Multilemper nicht einstellen kann. Es sei denn, gab es da nicht auch irgendwie eine Knarre für die Dinge? Lass mich mal kurz gucken. Da gab es doch ganz ohne Ende, ne? Was ist Move? Gun. Repair Gun, Transfer Gun, Euthanasia Gun. Command. Das ist für Dinos. Demolition Gun, Repair Gun. Die sind alle im Einser-Bereich. Vielleicht heißt die anders, die ich brauche. Transparenz einstellen. Modell Selektor. Demo Gun, Repair Gun, Remote Control. Was? Turn Things On and Off. Open and Close Doors. Die ist gut. Transfer, Turret, Command, Transfer, Inventory. Ich glaube, die Remote könnte sein. Die Fernsteuerung. Zum Anmachen der Multilem, oder? Probier mal einfach. Die, 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 die. Probier mal einfach. Dann hau ich die hier raus. Nehm die jetzt hier mal ran. Kann aber sein, dass ich durchs Glas das halt nicht bedienen kann. Geht nicht, ne? Geht leider nicht, Leute. Es sei denn, ich probiere das hier wegzumachen. Dann komme ich hier dran. Das funktioniert. Das funktioniert. Geile Geschichte. Du kannst aber... Activate Mode. Du kannst es ja nur an- und ausschalten. Wenn ich jetzt die Lampe noch einstellen will, dann muss ich tatsächlich gucken, dass ich dran komme. Das heißt, ich muss hier... Hä? Ach, die geht automatisch aus. Das heißt, ich muss... Ich komme nicht näher ran gerade. Scheiße. Es sei denn, ich mache den ja noch weg. Hopf dann hier hoch. Ne. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich komme nicht dran. Also ein paar Millimeter fehlen. Das heißt aber nichts anderes, Leute, wie ich baue das jetzt alles auf und ab, dass wir praktisch jede zwei, drei Elemente so in der Lampe hinsetzen können und können die dann farblich auch einstellen, sodass es uns gefällt. Ist jetzt ein bisschen tricky und umständlich, aber möglich. Und dann haben wir es einmal schön und dann machen wir hier die Querverstrebungen weg, setzen das Zeug wieder dran, das ich jetzt praktisch abbaue. So, in dem Fall war es, glaube ich, eine Foundation, richtig, bis hier hoch tatsächlich. Dann haben wir das so, wie ich es haben möchte. Ein Fahrschild lassen wir dann durchgehend beleuchtet, würde ich sagen. Gott, ist das ein langes Ding. Guck mal. Ja, ja, das ist okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Mehr brauchen wir nämlich gar nicht machen. Jetzt pass auf, wir fahren mal runter. Ich mag das. Ich mag das, Leute. Schöne Geschichte. Also dann lasst uns vielleicht die nächste Runde hier tatsächlich noch fertig machen. Dann werde ich im Vorfeld so ein ganz kleines bisschen... Der will weiter laufen. Der stoppt nicht automatisch. Das machen wir. Ich mache mir nochmal Gedanken, dass wir da wirklich die Lampen reinkriegen. Da oben die fehlenden Schienen. Da machen wir schön zu. Und dann ist das Ding erledigt. Dann läuft es. Und die Lampen kriege ich eingestellt, indem ich das zwischendrin halt immer wegbaue. Lampe setzen. Einstellen. Das müsste normalerweise gehen. Wir gucken uns dabei einer das in Ruhe an. Das kann ich ja hier zum Beispiel schon mal machen. Weißt du, ich nehme jetzt einfach hier so eine Lampe als Test. Batsche die mal hier hin. Und gucke mir das mal an, wie ich es haben will. Change Settings. Da weiß ich zum Beispiel Enable Auto On Off. Jetzt ist sie dann an, wenn ich sie anmache. Dann bleibt sie an. Dann gucke ich praktisch, was weiß ich, dass ich sie vielleicht vom Lichtverhältnis, wie ich sie einstelle. Merke mir die Zahlen grob. Das ist nichts. Pass. Secondary Color. Use Secondary Color. Blink. Ne, blinken soll es nicht. Intensität wäre so. So. Ah. So, dann haben wir das so im Blau innen drin. Dann leuchtet das wunderschön raus. Den Fahrstuhl siehst du immer. Die bleibt dann an. Und dann setzen wir den Strom zum Schluss. Nächste Runde sollten wir das Ding fertig haben. Er kommt auch wieder vorbei. Inspiziert, wie weit wir sind. So machen wir das. Meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Kommt gut ins Wochenende. Genießt euer Wochenende. Wir sehen uns ja nochmal wieder übermorgen hier. Und dann machen wir das Ding fertig. Und dann schauen wir uns mal an, was wir geschaffen haben. Ich freue mich saumäßig drauf. Bis dann.